... ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steilers wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Botdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist Maraden, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meinet euch das einfach, der Kau? Das bin die Dörren mit Senioren! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederbereistiger Treude unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die für Sie verbrechen! Ich sei Feiglinge! Verreiter! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wenn man Messergabel hält! Jahrelang hat das Militärakademie nur behindert! Es hat mir Geld nur als das Pitten! Widerstand! Ich habe mich gelegt! Ich habe es gut daran getan, um Jahre alle Höheroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Rapper erobert! Verreiter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verreiter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt ruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Der Krieg ist in deinem Blut!